hallo herzlich willkommen hier heute zu conny dekoriert micha micha der wieder dabei wie immer und wir freuen uns total heute mit euch in die weihnachtszeit zu gehen beziehungsweise in die weihnachtsdeko und da wir wirklich total glücklich sind über 500 abonnenten die haben jetzt geknackt und als dankeschön möchten wir nämlich heute mit diesem film uns bei euch bedanken und ein kleines was sagt man weihnachts gewinnspiel machen und das gibt es zu gewinnen micha zeig mal also das ist einmal das tablett und zwei wunderschöne windlichter also ich finde die total schön weil das mit diesem gold unterbrochen dann ist da ein herrsch mit gold silber auch und diese lichterkette die habe ich ja in vielen videos die finde ich persönlich immer schön aber das könnt ihr euch natürlich so dekorieren wie ihr das gerne möchtet noch dazu zwei elektrische teelichter natürlich nicht zu vergessen die gibt es auch und dieses gewinn paket haben wir dreimal dreimal und micha und ich gehen nämlich gleich mit euch los aus tannenbaumfeld und gehen mit euch zu unserer überraschung und wir hoffen ihr habt ganz viel freude dabei wichtig ist deswegen habe ich die kugel hier auch liegen diese blaue kugel wenn ihr die seht in dem video notiert euch die zeit von dem video und plus minus drei sekunden geben wir eine differenz ein puffer und schickt uns die bitte auf unsere webseite die webseite findet ihr hier im video kanal in der beschreibung als link und dann kommt ihr auf unsere webseite und wir würden uns sehr freuen wenn ihr mitmachen wollt und das natürlich gewinnt was hast du micha für dich ass rein sehr gut wollen wir zur weihnachtsüberraschung machen wir das gewinnspiel geht genau eine woche also es geht bis zum 21 oktober bis um 0 uhr alle die die richtige zeit haben plus minus drei sekunden natürlich werden von uns per hand raus geschrieben kommen hier in einen topf und werden mit uns oder beziehungsweise machen wir ein live video freitag den 23 und würden dann mit euch die drei gewinner ziehen und darauf freuen wir uns und ich würde mal sagen mich ja wollen wir hoch aufs tannenbaumfeld ja lass uns los ja wollen wir zur überraschung dann gehen wir mal los nun sind wir oben micha guck es dir an schwingt einmal rüber alles nordmann kann rechts links genau so wohnen wir hier und das ist ein feld und zwar erzähle ich mal kurz wir wohnen seit 2016 hier in wenzendorf und da habe ich auch angefangen beim hof oelkers zu arbeiten erst war ich im spargestand dann bin ich gewechselt in die blumen deko abteilung und seit zwei jahren habe ich die leitung für die deko und floristik und da ist mein herz hängen geblieben seitdem dekoriere ich von morgens bis abends und natürlich auch immer gerne für euch und hier sind wir das gehört mit zu hof oelkers die haben nordmann wir haben blaufichte die koreaner molly auch eine sehr hochwertige tanne ich glaube es sind so um die 500 hektar land was nur mit tannenbaum mit tannenbäumen bewachsen ist und eins davon da sind wir jetzt und wir würde ich würde mal sagen wir suchen die überraschung habt ihr lust micha logisch laura ist auch dabei ja und denkt dran an die blaue kugel wenn ihr sie seht notiert euch die zeit unten im video also dann wollen wir mal komm micha ab zur überraschung du sie auch wir sind schon hohe nordmann kann ich meine wir haben schon ein paar jahre auf dem buckel was sehen wir da ist die überraschung was ist das denn und wie das funktioniert was dahinter ist das zeigen wir euch jetzt hier fangen wir an mit der lichterkette und zwar ist das eine outdoor und dies mit batterie betrieben mit timer die ist relativ lang ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich da und ich fange hier oben in der spitze an ich gehe da jetzt hoch und arbeite mich dann langsam ein bisschen runter und ja laura hilft mir oder prima dann geht's los da 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 so kette hängt bzw wir haben zwei ketten reingemacht und hier guck mal ich zeig dir das mal micha das sind diese aufhängerchen für die kugeln die finde ich immer echt praktisch und hier habe ich jetzt einmal groß und einmal klein und die kommen jetzt erst mal in den baum wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen mit den farben ein paar lücken zu lassen um nachher die kleinen highlights mit einzudekorieren und auf los geht's los kugeln sind drinne und in der haben wir diesen wirklich schön da haben wir ein tolles wasser thema eine muschel mit perle ich zeige das jetzt einfach mal so quallen in so mehreren pastelltönen sowie seepferdchen und natürlich nicht zu vergessen unsere schönen flamingos den habe ich auch noch mal in pink und die lücken werden geschlossen sehr gut werden kann den das die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020